Das levelbezogene Matchmaking, meine ich jetzt so? Keine Ahnung, weiß ich nicht so. Es hat eigentlich immer gepasst, als ich das letzte Mal mit Tim gespielt hatte oder bei Kings eigentlich. Aber jetzt kam es mir doch schon ganz schön krass vor. Ich muss erstmal hier reinkommen mit der Tastenbelegung und dem ganzen Schmus. Wir laufen davor. Alter, ich hab doch... Kann ich denn Optionen? Kann ich jetzt noch Optionen, ja? Ich muss mal eben die Tastenbelegung machen. Was suchst du denn? Dieses, wie ich so markieren kann. Ach, das ist nicht auf der mittleren Maustaste? Naja, die funktioniert ja nicht bei mir. Achso. Oh, klar. Kann man vorbeigern, Leute. Ja, das... Geht nicht? Nö, lass dir den mal umstellen hier. Kacke! Was ist denn das? So, jetzt. Kann ich noch schießen? Äh, jetzt kann ich nicht mehr schießen. Ach, leck mich doch am Piss, ey. Hm. Habts doch immer vor. Ich komm gleich nach. Nö, ich bin schon am ersten Hinweis. Äh. 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 gut du siehst mich aber ich laufe und diese hinweise wo wofür sind die wofür die sind damit du dann weißt wo der boss ist das ist das ziel immer den boss zu killen oder was naja das ziel ist schon was zu killen oder andere boss killen zu lassen und die dann zu töten ziel ist halt mit dem bau und die rauszukommen bau und die es was das ist das was der boss hinterlässt das nimmst du ihm ab okay es ist nicht wirklich zu sehen oder sowas du hast halt dann die nacht die jägersicht aber die verlierst du ja wenn du so verbrauchst aber es brauchen wir es trotzdem wenn ich drücke habe ich doch diese komische sicht hier ja das zu erkennen wo was ist oder das ist das machst du halt um die hinweise zu sehen wenn du es mal machst du dich drehst siehst du ja hier was leuchten ja das ist ein hinweis den musst du holen man kann theoretisch auch ohne die hinweise im boss finden manchmal spornst du schon da in der gegend wo der boss ist da hörst du ihn laufen und rappeln oder sowas und dann brauchst du die hinweise nicht suchen zum gefängnis müssen wir töte 50 feinde zum gefängnis dann gehen wir hier hinten raus oder wird das rumgeknallt irgendwo oder ja und noch eine gute ecke weg guter hinweis ist ja im balkon jetzt wenn du auf die map guckst siehst du jetzt dass der boss markiert ist da siehst du wenn die ran ist so ein rotes kreuz und da müssen wir jetzt hin und das ist da auch die stelle wo schon geschossen wurde die haben den boss also gleich direkt gefunden da müssen wir uns jetzt da müssen wir uns jetzt oi das war schon aber noch mehr oder mhm vorsicht graben da drüben am besten schleichen oh hier läuft einer rum gibt es auch teamkills nicht wirklich du kannst dein mage schon umbringen das ist nicht so leicht wie in tarkov jetzt leise die sind ja noch bei uns das ist das ist das ist du kannst du das Die laufen hier draußen. Scheiße. Der ist hier oben. Ah, ich bin down. Ganz oben? Ganz oben, ja, aber der hätte einen richtig geilen Hit gekriegt von mir. Nein! Ich bin... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Es sind ja noch welche, oder? Oder war das nur der eine? Es kann sein, dass er hier als Solospieler unterwegs war. So, den kannst du noch untersuchen, also beplündern. Dann kriegst du halt... Oh, ein Signalfeuer habe ich gekriegt. Ups, hast du geschossen? Irgendwie ist einer verreckt. Ich hab ihn gesehen. Er ist mal hinten weggerannt. Aber hier in der Hütte rennt auch noch was. Hier in der Hütte hat sich was. Meine ich. Aber der andere ist nach hinten weggerannt. Scheiße, mach ihn kalt, Klaus. Ab ihn. Sehr schön. Heb mich schnell auf. Wo bist du? Da. Aber pass auf, dass ein bisschen wackeln mit dem Kopf und der Maus so ein bisschen drehen, dass er da nicht einen direkten Headshot hat. Nicht so zaghaft kannst du schon ein bisschen ausholen. Gut, gut, gut. Läuft, läuft, Klaus. Geil. Siehst du hier ein Medikit irgendwo? Ne, hier ist kein Medikit. Hier sieht ein Medikit aus. Ich weiß doch nicht mal, wo ich die Nachricht suchen sollte. Ach, da vorne steht eins bei dir jetzt. Scheiße. Ach, Mann. Ah, die Tür? Du auch dort? Mist. Der hat durch die Tür geschossen, glaube ich, ne? Mhm. Die war offen, diese Scheiß-Tür. Ey, langsam geht man dieser Hinweis jedes Mal auf den Sack, Alter. Kann man das nicht abstellen? Aber wir haben zwei Jäger erschossen. Das ist doch mal schon... Ja. ...ein Fortschritt. Ein hundertprozentiger. Mhm. Irgendwann sind wir richtige Killer. Ja, das muss man fest... Ey, wir haben uns ja auch drei Jäger getötet. Äh, wie das denn? Keine Ahnung. Hm.